So Freunde, herzlich willkommen zur Wuhle Tour 7 Heute geht es wieder an die Wuhle mit Teig Ganz normal drehe ich meine Runde Abends ist es knapp 13,30 Mal schauen wie lange ich mache Ich zeige euch, wenn ich einen Fisch fange Und ich hoffe ihr habt viel Spaß bei dem Video Bis zum nächsten Mal Da haben wir den ersten Fisch Eine kleine Rotfeder Bis zum nächsten Mal Das war's für heute. So Freunde, da haben wir... Nein. Na, schafft das? Ja. Da war Fisch Nummer 2. Ja, das hier ist jetzt irgendwie einer der wenigen Plätze, die nicht vollkommen verkrautet sind. Hier ist... Ich weiß auch nicht warum. Vermutlich, weil hier weniger Sonne reinfällt und die Algen deswegen nicht so blühen. Ja. So, hier probiere ich es jetzt auf jeden Fall mal eine Weile aus, weil ich mir hier nicht Gedanken machen muss, also unbedingt, dass mein Köder im Kraut landet. So, da haben wir das nächste... Klein rot... Rotauge. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, nein, ihr habt ihn gesehen. Jo, was er jetzt groß hier eben war, noch strahlender Sonnenschein. Und jetzt, also hier ist noch blauer Himmel, aber wenn ich mich nach da drehe, sind einfach Regenwolken. Ja, mal sehen, hoffentlich regnet es jetzt nicht. So Freunde, jetzt fängt es hier doch langsam an zu regnen. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg zum Auto machen, Sachen einpacken. Ja, war heute ein schwieriger Tag. Aber wir haben was gefangen, es gab Live-Büsse, was mich freut, auf jeden Fall. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Auto. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch einen Gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos.